Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance Hardcore. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir und Heinrich natürlich und hier unsere Schattenfellmähne, nein Schattenmähne, das Spiel weiter zu spielen, zu sehen, was noch so kommt und wie wir die Quest mit der Kette lösen werden. Wir haben die Aufgabe, für Herrn Karpon eine Kette und einen Liebesbrief bei dem Mädchen von Fleischer zu hinterlegen. Das heißt, ich muss bei ihr einbrechen und das Ding verstecken und dann mich natürlich nicht erwischen lassen. Aber naja, wir werden erleben, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt leider Gottes noch heiligter Tag. Es ist 14 Uhr und vor Dunkelheit, bevor die Leute nicht schlafen, können wir das sowieso nicht machen. Also habe ich in dem ersten Video, was wir gemacht haben, bin ich so ein bisschen rumgeritten und habe Leute verprügelt. Also nein, die das wollten. Und dann sind wir hier zum Badehaus gewesen, haben uns ein bisschen gewaschen. Und jetzt denke ich mal, dass wir einfach die Sache anders in Angriff nehmen. Ja, ich habe Kunisch auch noch gesucht, den haben wir natürlich wieder nicht gefunden. Ach genau, das wollte ich auch noch machen. Das können wir auch noch mal machen. Ich hatte nämlich hier eigentlich was gekauft. Das können wir eben hier gucken, alles wieder reparieren. Und zwar das Rüstungsset. Dann können wir nämlich... Oh, das wird nichts werden. Das ist zu viel kaputt und das auch. Dann müssen wir das nochmal wegbringen. Wie viel Kohle haben wir? 11 Grad, sollte reichen. Wir haben unser Dorf hier fertig. Jetzt können wir das Geld ja auch mal ausgeben für Dinge, die wir so nicht brauchen. Wir haben uns was zu essen gekauft. Wir haben ja ewig... Oh, da war was Dings. Aber jetzt hau ich dir nicht mehr. Ja. Aber Milan, den hätte ich jetzt noch haben können. Dann können wir auch mal unsere Rüstung reparieren lassen, wenn wir schon dabei sind. Können wir auch mal ein bisschen von dem Geld ausgeben. Wenn wir mal nach Privislawitz zurückgehen, da wartet bestimmt auch eine große Menge Geld auf uns. Also können wir eigentlich nicht beschweren. So, dann guck mal, ob du mein Hemd hier wieder hinkriegst. Das ist nämlich ganz kaputt. Wie geht's? Danke, gut. Ich hoffe, dir auch. Reparatur. Mach's gut. Das hier bitte und das hier bitte möchte ich... Aber bitte unter einem K... Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Äh, was? 1200? Nein. Weil du's bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. In Ordnung. Dankeschön. Jetzt ist das auch fertig. Wunderbar. Rote Beete, Zwiebeln. Alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Kommt zu ran, kommt zu ran. Ihr werdet's genauso beschissen wie nebenan. Gucken wir uns mal hier um. Pferdchenplotten in mir stehen. Dann machen wir mal eben. Oh, Himmelswellen. Ich bin auf dem Namen. Das haben wir hier nicht mehr. Jetzt hier kann man, glaube ich, vorhin noch. Okay. Na schön. Dann werden wir jetzt einmal das Spiel des rosa-roten Panthos spielen. Da wollte ich hin. Ach, der muss was räuchern, sagt er. So, dann machen wir mal. Wer hat an der Uhr. Ach nee, erst esse ich was. Bevor der nämlich hier wieder. Ejo Bunga. Ich bin doch süße Pfannekuchen. Zwei Stück. Oh, 65 gibt's das. Brötchen und Nagenbrötchen und Nagenbrötchen. Meine Güte. Nee, einmal Milch. Jetzt in Blossat. Und dann nehmen wir das Tee und dann gehen wir mal auf 24 Uhr. Neun Stunden in einem Schuppen stehen. Ja, wenn man das nicht... Wer es nicht sieht, der glaubt es nicht. Aber wir haben leider keine Quest mehr da in Ratei außer der Milan zu verprügeln. Ja, wir hätten... Ach, wir hätten auch Dings noch machen können. Natürlich. Mit Bernhard trainieren. Das Axt, damit wir bald am Turnier wieder teilen. Das hätten wir machen können, ja. Das können wir auch gleich noch machen. Streitkolben, dass wir da ein bisschen besser werden. Dass wir das nächste Mal das Turnier dann schaffen. Jetzt muss ich gleich mal eben das Schwert und das noch ablegen. Das ist sonst ein bisschen... Gott, nein, da. Ach, haben wir schon abgelegt. Aber das ist ja auch gut. Ähm... Da stößt aber... Hier war irgendwo eine Tür. Da. Das ging schnell. Ha! Ohne erwischt zu werden. So, jetzt gehen wir schlafen. Achso, ich muss ja mal eine Funzel anmachen, bevor ich getappt werde. Warte bis zum Morgen, bevor du Hans aufsuchst. Ja, wollte ich auch. Ich gehe jetzt nämlich schlafen. Ich habe es seit ein paar Stunden nicht mehr geschlafen. Ich... Ich mache mir kein X-Hin-Ufo, oder wie war das? Ich meine, ich könnte auch noch nebenbei die Waffe-Kammer-Lehr klauen, aber es will ich jetzt nicht. Wir haben das jetzt abgegeben. Jetzt kann Herr Hans ja wahrscheinlich besser schlafen, denn seine Liebste... Jetzt die Kette hat... Kann er bestimmt jetzt gut schlafen. So. Dann werde ich noch irgendwas lesen. Guck mal eben. Guck mal eben. Ansonstiges. Kann ich das lesen? Das habe ich, glaube ich, schon gelesen, ne? Das kann ich noch nicht lesen, ne? Dann stehen sie mal eben auf. Läden mir Witz aus. Aber ich müsste ein Herkules, Drei-Fertigkeit, Wiesel. Wieselbuch. Wer braucht Schlüssel? Schattenspiel. Das ist alles ab Stufe 5. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sind es... Ach, ja, ab. Oh, Fertigkeiten. Heimlichkeit sind wir gestiegen. Und wagemutiger Schelm. Was haben wir da? Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke und Vitalität, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. All...was? Allwettergesicht. Wenn du nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie gehen die Suche schneller auf. Das ist nicht schlecht, aber... Ich glaube, ich nehme eh den Hundefreund. Auch du, Brutus. Deine Attacken von hinten werden um ein Drittel stärker. Das ist auch nicht schlecht. Und hundefreundlich. Hunde in den Höfen oder bei den Häusern ihrer Besitzer bellen nicht und fallen dich nicht an, sofern du sie nicht anderen Witz angreifst, bei ihnen anderswärtig als Bedrohung erscheinst. Den wir ihn nehmen, weil die Köter, die bellen ja, das ist ja immer feierlich. So, dann nehmen wir das da. Ach, ähm, genau. Ich wollte ja mal eben nachschauen. Co wieder weg. Und dann noch mal Spieler. Und zwar Heimlichkeit ist... Hundeflüsterer 19, da habe ich aber kein Buch. Jagen 13, da reiten 20 Reprägen, da habe ich kein Buch. Kampf 16, da könnten wir lesen. Schwert 18, Hauptstufe 19, Agile Vitalität, Redekunst, Charisma. Ja, reparieren. Aber ich weiß immer nicht, welche Bücher das sind. Wie steht das denn da? Die Fertigkeit, ach so, übertrinken. Alchemie, Stärke, das können wir lesen. Ah, flink wie ein Wesel, Agilität war nichts. Lesebuch, Fertigkeiten, ja, kann man rechnen von Stufe 15. Fertigkeiten, Reparatur. Okay. Schattenspiel, Heimigkeit. War, glaube ich, nicht. Lichtschlüssel war natürlich noch nichts. Gut, dann lesen wir jetzt mal einen von diesen Büchern. Ich hoffe, dass das funktioniert und wir jetzt richtig geguckt haben. Ich wollte mich eigentlich hinsetzen. Und dann Informatio und sonstiges. Hercules erstmal. Nicht er, sondern er. Ah, ja, geht. Wunderbar. Okay. Fünf Stunden. Und das andere lesen wir aber ein anderes Mal. Ein paar Stunden schlafen müssen wir auf jeden Fall noch. Stufe verbessert. Das ist prima. Also, jetzt legen wir uns aber erst hin. Dann nehmen wir mal ein Fockel neu im Ausmachen. Und noch ein bisschen schlafen. Sonst fällt er uns hier gleich aus dem Bett. Ah, da müssen wir nachher ein Karpon ihm die gute Neuigkeit überbringen, dass wir seine Kette weggelegt haben. Und noch ein finder ein Karpon ihm. So. Dann stehen wir mal auf, gut geschlafen haben wir. Dann gehen wir mal zu Herrn Hans, der müsste ja eigentlich hier sein. Hoffe ich zumindest, wenn nicht, schon wieder im Badehaus. Aber so früh glaube ich das eigentlich nicht. Och ne, oder? Wo ist der Knie schon wieder? Na gut, da oben. Aber wenigstens nicht im Badehaus. Pass doch auf. Ja, schleich dich. Ja. Das ist schön geworden. Oh, da. Ja. Ja. Das ist okay hier. Kneipe. Was ist jetzt die Forderung? Oh, ich bin in Trauer. Ich bin in Trauer. Ich bin in Trauer. Was betrübt dich. Ich habe die Sachen überbracht. Ich weiß, ich weiß. Meine Spitzel waren emsig. Sie hat die Kette heute Morgen getragen, wie im Brief erbeten. Also wird es ein Rendezvous geben? Natürlich nicht. Ich will nicht über sie herfallen wie ein Wildschwein in der Brunftzeit. Ihre Gefühle müssen langsam heranreifen. Bis dahin besorgst du einen Trank. Ich dachte, du gibst nichts auf Hexengebräue. Pah, Hexengebräu. Das ist ein altbewährtes und erprobtes Elixier namens Duft der Unwiderstehlichkeit. Ein Kerl in Sasau bietet es feil und garantiert für seine Wirkung. Also wieder nach Sasau reiten. Duft der Unwiderstehlichkeit? Klingt verführerisch. Wohl an. Ich beschaffe das Elixier. Ich verlasse mich auf dich. Hier hast du ein paar Groschen. Liebe Wohl. Bier für mich. Ja. Oh, ich schaue mal. Geben wir hin dann einmal. Das war schon. In deinem Haus. Ja. Na gut. Dann gucken wir mal, was wir noch so im Rucksack haben. Reicht. Der Hund kann mal ein bisschen Dörfleisch kriegen, wa? Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hier. Bring mir bitte was zu essen. Ach, auf ein neues. Allein der Gedanke daran macht mich schlecht. Allein der Gedanke daran macht mich schlecht. Das heißt einmal den langen Weg hin und einmal den langen Weg wieder zurück. Oh wei. Na gut, dass wir die Strecke schon kennen, ne? Malen gibt es ganz so. So. Also noch einen Plan. Der Hund kann die Strecke schon verhören. Aber das ist also eine Worte. Das ist sehr cool. Ja man. Der Hund kann man mal. Der Hund hat ja mal. Der Hund hat ja mal. Der Hund kann ja mal aus. Nein, nicht gut. Der Hund hat ja mal. Der Hund kann ja mal aus. Aber Herr. Der Hund kann nicht so pounds anziehen. Du hast ja mal. Das war zu lange mit meinem Fingerchen auf die Taste. Keiner weggerutscht. So, da sind wir gleich mit der Dechko. So, da sind wir gleich mit der Dechko. Nicht träumen, so vor sich hin. Wie beim Autofahren, muss aufpassen. Hier ist auch noch eine Quest versteckt. Ja. Ja. Auch ja, der Typ will da bei uns um Geld für... und du musst das kaufen. Da geht kein Weg dran vorbei. Kurva. Ja. 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 dauert das geben aber ich kaufe das eh nicht das ist nämlich schlechter mannig ich kenne dich von irgendwoher woher kenne ich dich nur was ich hab's der traum du warst in einem boot aus knochen und ich setzte dir eine dornenkrone auf wie ich hörte weißt du etwas über einen trank der unwiderstehlich macht gewiss doch der duft der unwiderstehlichkeit nach einer uhr uralten rezeptur moses hat sie einst benutzt moses was glaubst du denn wie er sein volk dazu gebracht hat ihm 40 lange jahre durch die wüste zu folgen ein äußerst wirksamer trank scheint fast so wie viel willst du für das rezept für wen hältst du mich das wissen unsere ahnen verschabelt man nicht einfach auf dem marktplatz hat jesus seine wunder dazu geld gemacht aber sei es drum was hältst du hier von ganz schön billig wirklich na gut das doppelte was warum du was reg ich mich überhaupt auf ich kann das elixier für dich zusammen mischen wenn du mir einen gefallen tust diese angelegenheit setzt erfahrung und philosophische kenntnisse voraus wie sie nur wenige besitzen man kann nicht irgendjemanden damit betrauen dein lehrling aber schon nicht wahr du hast es erfasst was das rezept betrifft ja willst du es kaufen viel gar der hat doch wohl einen an der mütze ey ja ich brauche es dringend ich verstehe ich bin mir sicher du wirst mehr als zufrieden sein ich will da bestimmt nicht von ihm da irgendwas hier ist auch eine quest aber zum scheiß brauche ich da jetzt für die quest war das Was ist das? gehen wir mal zum alchimähtischen braun die scheiße zusammen 4k widerlich sowas was wir dafür brauchen ja 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 ich könnte eigentlich mal wieder nach der schlade zweiten mal irgendwie deine ecke sind guck mal was matthäus fritz da machen das noch alles steht so hin und wieder sollte sich der vogt da ja bestimmt mal sehen höhlenpilz salvo ringelblume meine uhr toll Rengelplume war dabei, oder? Ja, ist auch nicht hier, weil... Müssen wir mal angucken... Eben... Schloenzettel nehmen... Einmal... Höhle... Einmal... Einmal toll... Rengelplume... Und einmal... Äh... Wasser... Ähm... Eins... Salbei... Klein... Ja, ist ja... Das ist ja... Futter... Ich muss sie dazu... Erstmal besorgen... Da wird das nicht drin... Augenraus-Brandesl-Einbeere, Kamille, Löwenzahn, Minze, Nepp. Da komm ich nicht dran. Der hinten ist das nicht. Brandesl, Minze... Beine wohl aber. Dankeschön. Ringel, Blume und was fordert noch? Seilbeug bis draußen. Geh weg, ich hab's eigentlich. Ringel, Blume. Und... Salbei... Glück. Denn darf uns beim Kochen gleich auch nix schief gehen. Ich schreib mir das gleich nochmal auf. Sonst vergesse ich die Hälfte. Ich hab nur eine Höhlenpels, das muss beim ersten Mal funktionieren. Da ist noch irgendwie eine Höhle zu finden, wo der ist, ähm... So... Muss ich mal eben einen vernünftigen Zettel hier haben. Also... Was haben wir Schönes? So... Da hin. Äh... So... 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 Ähm... Das ist jetzt mal... Drei mal... Gib die Ringelblumen... Also... 1... Gib die Ringelblumen mit... Und dann... Gib die Ringelblumen mit... Gib die Ringelblumen und den Beinwell. Ringelblumen und Beinwell. Und dann muss dann für einmal... und dann den hüllen pilz und dann nicht mehr so 12 das krieg ich geregelt dann brauchen wir einmal ich kann einfach nicht so ich sollte dann zumindest noch hinstellen so dann brauchen wir den salbei den müssen verkleinern sehr klein noch nicht verkleinern das tun wir da rein einmal dreimal dann die die ringelblume und den beiden das ganze auch einmal einfach keinen schlaf wieder kommt dann diesen und dann darf das nicht mehr kochen und das kippen wir jetzt hier in die viehe rüber und dann müsste dieser trank duft des unwiderstehlichen ja fertig sein haben wir so so ist eigentlich die hanker hier mal um zu sehen oder ich finde einfach keinen schlaf Adela hast du mir etwas zu sagen nein du kannst auch nicht mehr mit mir reden hast mich gerettet hast mir wahrhaftig den arsch gerettet bei gott ich danke dir das war doch nichts hast mehr geholfen als die anderen hier mir tut es bloß leid dass ich kein silber habe um es dir zu vergelten aber ich verrate dir was wie solche wie ich tag ein tag aus so hart schuften können okay danke nett von dir was mit dir nein ja ja wo ist denn da ist nur da ist nur da ist nur da ist gut er redet auch nicht mit mir na gut dann wird die hanker wahrscheinlich unterweg sein oder ist er in ihrer kleinen stübchen hier ja da sitzt er da kann man mal gucken gehen ob sie uns was zu sagen hat Heinrich ja wie geht's dir und wie geht es dir gut sogar besser als vorher Matthias ist hier bei mir ich muss jeden Tag zur Kirche St. Martin Pater Fabian ist sehr streng aber er weiß viel über Gott und den wahren Glauben zu sagen und er schaut ganz genau dass ich auch alles verstehe danach lässt er mich dann allein Buße tun und beten okay dann viel Glück das hatten wir ja schon das brauchen wir ja nicht nochmal gut dann werden wir jetzt nicht den Kloster umreiten ja dann stehen wir doch nicht im Weg du alter Bauer ey ja ja dann reiten wir mal wieder zurück jetzt habe ich Matthias umgeritten auch gut zurück nach Partei der macht hier Kilometer der macht hier Kilometer immer geradeaus mal wenn wir drei Tage gleich angekommen ist ist die Stunde schon fast vorbei nein noch nicht ganz ich reite gerade ohne alles durch die Gegend ohne Waffen ja ist aber nichts passieren hoffe ich zumindest und auch schon zu wenig abgespeichert das muss ich ein bisschen langer machen das muss ich ein bisschen langer machen ja nicht das für den Weg schon in und aus wenn ich können oder ja ja der hing da immer noch rum der läuft auch immer noch rum noch nicht so weit heißt ja ja ich bin ein bisschen müde ich habe doch immer zeit dass einrich immer eine nacht durchschläft starken kaffee sollte auch helfen und 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 Ja! So, aber mal gucken, wo er ist. Der Gute. Watt. Dann schießt du das noch am Schießstand. Das ist was ganz anderes. Ja! 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 Brechen, Spaten, Heugaben, Äckse! Gah! Also, wie es sich doch passiert? Gah! 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 Heinrich! Heinrich! Sei gegrüßt! Wieso bist du hier? Wollt du was von mir haben wolltest? Ich habe den Trank von diesem Scharlatan. Was? Scharlatan? Er ist ein Medikus, der den Papst höchst selbst von Impotenz befreit hat. Nichtsdestotrotz gebührt dir mein Dank, Heinrich. Sobald ich ihn getrunken habe, liegt mir jede Frau zu Füßen. Ob schon mich nur eine Frau interessiert. Das anmutigste Geschöpf auf Gottes Erden. Die Tochter des Fleisches. Ich weiß. Und was dann? Ein Rendezvous. Sie und ich im Schutze der Nacht. Und du wirst der Herold meiner süßen Worte sein. Du wirst dich verstecken und mir Gedichte einsagen. Ich werde was? Hier ist ein Gedichtband. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Lerne ein paar Gedichte auswendig, damit du mir einsagen kannst. Gedichte lernen? Ich? Das klingt, nun ja, nicht ganz nach... Nicht zaudern, sondern frisch ans Werk. Komm in ein paar Stunden wieder zu mir. Ich muss mich anständig herausputzen und warten, bis die Wirkung des Tranks einsetzt. Mach's gut. Ach du grüne. Neuner. Ach du. Mein lieber Strohsack. Aber, meine lieben Leute, das machen wir morgen. Ich werde jetzt runter reiten zu unserem Zimmerchen. Dort werden wir uns hinsetzen und dann dieses komische Gedichtband lesen. Aber die Aufgabe werden wir beim nächsten Video erst machen, weil das darf... Die geht ein bisschen und so viel Zeit ist jetzt nicht mehr. Ich möchte nicht mehr länger als eine Stunde machen. Und, ähm, ja, wie gesagt, außerdem soll ja ein bisschen Spannung drin sein. Entschuldigung. So, da werden wir bei unserem Zuhause angekommen. Außerdem... Muss ich gleich mal gucken, wie wir fit bleiben, weil wir sind schon recht müde. Ähm, da gab's... War der das? Aquavitalis? Stärke. Ach ja, wir sind ja... Mit viel Schwung oder furchterregend? Mit viel Schwung. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren, oder? Furchterregend. Deine Feinde sind eher dazu geneigt, die Flucht zu ergreifen, anstatt gegen dich zu kämpfen. Ja, das war ganz nett. So, ich kämpfe aber gerne, aber wenn sie wegrennen, rennt mein Hund eben hinterher. So. Ah, was wollte ich jetzt gucken? Ach ja. Nahrung. Nahrung. Ich wollte das Kuh haben. Kuh. Du fühlst dich wie Achille ist der Treffen... Ne, das ist falsch. Mist, 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 Mist. Das ist das nicht. Dann habe ich das wahrscheinlich nicht mehr. Dann müssen wir doch nochmal eben... Und zur Apotheke. Ich muss einen ganz bestimmten Trank haben. Der hält dich nämlich wach. Und wenn hier der Heinz mich schon in ein paar Stunden haben will... Brot und Gebäck! Frisch aus dem Ofen! Das Bett an, dann wird das nichts. Dann stehe ich dann nachher und bin so dermaßen müde, dass Heinrich nicht mehr weiter weiß. So, jetzt gucken wir mal eben, ob der das hier hat. Gott schütze dich! Dich auch. Mich auch, Mann ich. Am Handeln. Alles Gute! Der ist das Harnstreitrank. Stell dir Energie wieder her. Mach dich munter und hält die Müdigkeit eine Weile fern. Erhüllt deine Energie um 20 Punkte. Genau, der ist das. Davon nehmen wir mal zwei, drei Stück mit oder vier. 6K. Den können wir auch noch mal. Der ist aber teuer. Ratter, äh, Ratter Schnaps sind sowieso. Und die anderen haben wir alle. Den können wir auch noch zweimal mitnehmen. Der ist nie weg. Okay, Rangopf prüfen. Dann handle ich mal. Vielleicht krieg ich ja ein bisschen weniger. Reden wir über den Preis. Hm. Ist gut. Naja, muss ja nicht, ähm, ganz so scheiße machen. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Super. Gut. Dann nochmal zurück. Braut euch nur! Man kann auch hier bleiben. Dann machen wir hier eben unseren Lesetext, weil wir sowieso nachher hier hin müssen. Ähm, gut. Dann lese ich jetzt aus dem Kodex vor und werde danach die Folge dann beenden. Aber das machen wir dann. So, jetzt der Kodex. Wir waren natürlich bei Soziales. Und zwar waren wir dabei. Bei der Imkerei. Im Mittelalter unterschied sich die Imkerei danach, wo der Honig gewonnen wurde. Entweder im Wald oder im Dorf. Die Dorfimker hielten ihre Bienen in ausgehüllten Bäumen oder Bienenkörben aus Stroh und Unterlagen. Keinen speziellen Regularien. Im Gegensatz dazu standen die Waldimker. Diese hielten ihre Bienenvölker in der Wildnis, in ausgehüllten Bäumen und bildeten eine zunftähnliche Gemeinschaft. Sie zahlten den Waldbesitzern ein Entgelt für jedes Bienenvolk, das sie dort betreuen durften. Bis zur Erfindung von künstlichem Wachs, Paraffin, stellte Bienenwachs das am meisten verwendete Rohmaterial für die Herstellung von Kerzen dar. Der Honig der Bienen wurde zum Süßen verwendet oder fermentiert als Meht getrunken. Die Jäger. Die Jagd war im Mittelalter nicht nur ein Vergnügen, sondern... Das ist schon ein blödes Wort. Ein Vergnügen. Wie kann man... Naja, egal. Im Mittelalter war es eben so. Ich mag das Mittelalter, aber die Jagd auf Tiere mag ich natürlich nicht. Aber die mussten auch was zu Baggern haben, also von daher... So, nicht nur ein Vergnügen, sondern zusammen mit der Wildhüterei auch eine wichtige Einnahmequelle des Königs und des Adels, denen die Wälder gehörten. Die von den Lehnzern beauftragten Jäger und Wildhütter verrichteten auch Forstarbeiten. Neben ihrer Verpflichtung, sich um die Tiere des Waldes zu kümmern und diese zu schützen, kamen sie also auch auf den Wald Acht. Und es war gemeint verboten, Rehe, Wildschweine und anderes Wild zu jagen. Es dennoch zu tun, stellte eine schwere Straftat dar, die mit einer hohen Bußgeldstrafe wurde im Falle wiederholten Übertritte auch körperlich. Ach so, Moment. Stellte eine schwere Straftat dar, die mit einem hohen Bußgeld bestraft wurde. Im Falle wiederholte Übergriffe auch körperlich. Jetzt habe ich es verstanden. Dies galt auch für unerlaubtes Holzfällen und Sammeln. Viele Arme wilderten, da sie nicht viel zu verlieren hatten. Dieses führte öfter zu körperlichen Auseinandersetzungen mit den Jägern des Herrschers, wenn diese die Wilder auf frischer Tat ertappten. Ja, das ist wohl wahr. Wir haben schließlich auch schon ein paar... Ein paar umgehauen. So, Köhler. Mit steigernden Eisenbedarf wuchs auch die Nachfrage nach Kohle. Denn im Gegensatz zu unverarbeitetem Holz konnte man Kohle zur Eisenverarbeitung erforderlichen Temperaturen erreichen. Dies war insbesondere für die Herstellung von Stahlwaffen von größter Wichtigkeit. Die Kohleproduktion oblag den Köhlern. Sie verbrachten den Großteil des Jahres im Wald und in der Nähe ihre Kohlemeiler. Hoch aufgestapelte Holzhaufen bedeckt mit Lehm oder Erde, die einige wenige Abluftkanäle mit Lehm, äh, Zuglöcher enthielten. Innerhalb des sauerstoffarmes Raums wurde aus dem Holz eine langwierigen Prozesses Holzkohle. Die Meiler schwelgten wochenlang unter hoher Rauchentwicklung vor sich hin. Während dieser Zeit war es die Aufgabe des Köhlers, die Zuglöcher immer wieder zu verschließen und neu zu bohren. War der Brennprozess beendet, wurde die fertige Holzkohle ausgegraben und gleich darauf auf einem speziellen Markt, der also getrennt von anderen Händlern, verkauft. Unter der Herrschaft Wenzels des Viertens besaßen Köhler gewisse Rechte und Freiheiten, was das Schlagen von Holz anging, und wurde allgemein hochgeachtet. Harz wurde ausschließlich von Fuhrmännern und Harzhändlern verkauft, die außerdem Pech herstellten, um ihre Räder zu schmieren. Die Köhler produzierten Harz und Pech nur nebenbei. Pechhändler vermischten ihre Ware mit Talg, um damit Wagenachsen zu ölen, oder lieferten sie an Gerbereien, damit sie ihre Leder imprägnierten. Ja, hört sich gar nicht so unschlecht an, worauf die damals alle so der eine wie anderen genauso wie heute. Das eine funktioniert mit dem anderen nicht, und so war das im Mittelalter auch schon. So, da sind wir jetzt angekommen am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was mitbekommen. Und ja, das Hin- und Herreiten tut mir leid. Das ist im Hardcore-Modus nun mal so, dass wir nicht springen können, die Strecken. Wir müssen sie durchreiten. Und wenn man so eine große Aufgabe hat, wie das jetzt mit Hans, das geht halt, ja, ein ganzer Zeitraum, dass ich da hin- und herreiten muss. Ihr habt dann die Möglichkeit, ja, natürlich das vorzuspulen oder halt sich das anzugucken. Manchmal sammle ich auch beim Reiten oder im Stuhl. Immer je nachdem, wie es mir gerade kommt. So, das wollte ich nochmal nochmal sagen. Und jetzt wünsche ich natürlich euch alles Liebe und alles Gute. Und wenn euch das gefallen hat oder ihr auch mehr von mir sehen wollt, dann lasst doch bitte ein Abo da. Oder macht auch mal einen Kommentar. Das hebt so ein bisschen den Algorithmus und schiebt mich auch mal ein bisschen weiter nach vorne, dass wir vielleicht noch mehr sehen. Und es wäre ganz toll von euch, denn ich habe ja schon eine schöne Community zusammen. Es war noch nicht sehr klein, aber ich freue mich über jeden, der mir auch mal schreibt. Oder ich bin ja auch ein Mensch und antworte auch, so wie bei unserem Stefan immer. Das finde ich immer ganz toll, wenn der mir schreibt. Und er weiß das auch. Ich antworte auch immer. Und wir sind schon so ein cooles Team zusammen. Das macht mir auch echt Spaß. Und ich freue mich darüber, wenn er schreibt. Und natürlich würde ich das bei euch genauso halten. Also denkt dran, einmal schreiben, abonnieren und liken. Es wäre wirklich toll. Und ja, wollte ich nochmal loswerden. So, natürlich bedanke ich mich bei euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Heinrich wieder auf Abenteuer geht. Und jetzt mit unserem Fleischer. Das wird was werden, das kann ich euch sagen. Dann sage ich Tschüss, Ciao, bis dahin, eure Tammy.